Musik Ja, ich bin Markus Klegraf, bin seit knapp 25 Jahren jetzt hier im Betrieb und bin für die Lackiererei zuständig. Ich bin der Herr Michel, bin 23 Jahre alt, ich habe meine Ausbildung hier bei Franz Pracht gemacht, eine Ausbildung zum Lutzfahrzeug in Schattroniker. Mein Name ist Dana Klegraf, ich mache eine Ausbildung bei Franz Pracht als Bürokauffrau. Ja, grundsätzlich erstmal den Spaß dabei. Wir bauen Windkrafträder auf und Probe aller Art, dafür braucht es gut ausgemüllte Mechatroniker. Dass wir hier ziemlich viel mit schweren, großen Talen arbeiten. Richtig krass große Maschinen, also richtige Dinge. Die Arbeitsbedingungen hier sind top. Man wandert erstmal durch die verschiedenen Abteilungen, die Disposition, die Lohnabteilung oder EDV. Familieunternehmen und es ist ein sehr soziales Unternehmen, also das auch auf die Mitarbeiter eingeht. Bei uns ist die Digitalisierung nicht nur angekommen, sondern wir sind jetzt auch schon voll digital. Es ist nicht nur jetzt im Büro von der Disposition oder den digitalen Leistungsnachweisen bis hin zum Kran, wo die Kranfahrer jetzt auch schon Tablets bekommen haben oder die Schulungen finden jetzt auch schon komplett digital statt. Musik Computer einrichten, Handys oder Tablets einrichten. Pariere Autokrane, Hebelbühnen, Radlader. Alles, was Franz Pracht halt so zu bieten hat. Und das ist verdammt viel. Deswegen solltest du hier deine Ausbildung machen und hast danach gute Zukunftsperspektiven. Ich bin sehr zufrieden mit Franz Pracht. Sicherheit ist hier ein sehr großes Thema, da wir, wie gesagt, mit sehr schweren und großen Teilen arbeiten. Von kleinen Teilen, Kleinstteilen bis halt die großen Kran. Ich fand die Ausbildung total klasse. Warum? Weil der Zusammenhalt hier total klasse war. Und das zeichnet Franz Pracht aus. Wir sind ein super nettes Team. Das ist doch klasse, oder? Ein nachhaltiges Unternehmen. Mach deine Ausbildung bei uns. Das ganze Franz Pracht-Team freut sich auf dich. Mit Franz Pracht Digitale in Hützüchung. Musik Musik Musik